Hallo, mein Name ist Felix Mielke und zusammen mit meinem Partner Luis Bauer, der jetzt aufgrund von Corona leider nicht mit hier sein kann, wollen wir ein Experiment mit Trockeneis machen. Und zwar werden wir in eine Plastikflasche, die mit warmem Wasser gefüllt ist, Trockeneis reinfüllen. Diese werden wir dann verschließen und durch das warme Wasser wird dieses Trockeneis wieder zu gasförmig, zu CO2. Und was passiert, wenn dieses CO2 in dieser Plastikflasche aufgeht und sehr viel Druck auf diese ausübt, werdet ihr jetzt in unserem Experiment sehen. Und zwar werden wir in der Plastikflasche, die wir in der Plastikflasche haben. Und zwar werden wir in der Plastikflasche, die wir in der Plastikflasche haben. Und zwar werden 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 wir in der Plastikflasche haben.